Hi Leute! Heute sehen wir uns endlich mal wieder in einem Spiel oder was heißt endlich denn wir hatten ja 10 Ranks am Stück Wir spielen, es gibt heute Quests und zwar wie hieß es unglaublich abnormale oder sinnlose Quests, irgendwie sowas Die eine Quest ist, wie wär's mit einem Beschwörer-Symbol Spiel ein normales Spiel inklusive Rangliste über die Gegnersucht mit einem ausgerüsteten Beschwörer-Symbol Irgendeins Ganz egal Das machen wir aber heute nicht denn wir machen alle für einen für alle bringe es zu Ende eine Einfalle Mal, also gewinne ein Spiel im Modus einer für alle oder erziele 13 Tötungen oder Unterstützungen im Modus einer für alle und das machen wir heute äh da Aber wir machen das nicht alleine So, denn der Darius kommt noch Eigentlich könnte er selbst rein, ich lade ihn trotzdem ein Ich hab ja die, diese offene Gruppe, da hab ich ja Habe ich übrigens standardmäßig offen, also wenn ihr mit mir zocken wollt und ihr seht zufällig, ich hab die Gruppe offen, kommt einfach rein Äh Ja, so wie Alkoholhöchse Er ist jetzt einfach reingekommen, einfach so und es ist plötzlich mitten in der Aufnahme Okay, seht ihr? Äh, gut Dann Äh Ja Starten wir Ja, jetzt sind wir Ich wusste auch nicht, ich wusste nicht mal, dass er online ist Ich hab's nicht gesehen Vielleicht hab ich's gesehen, aber ich hab nicht drauf geachtet Ähm Er ist einfach rein Tatsächlich das erste Mal, dass mir das passiert, voll geil So, banne einen Champion Ich banne irgendeinen Champion, den ich nicht besitze Ähm Und der OP sein soll Äh, ich banne einfach mal Draven Den hab ich nicht Blitzcrank hab ich, den banne ich sicher nicht Aber jemand anders hat den gebannt Okay So Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wer es sein wird Oh, Heimerdinger wurde gebannt Schade Sünderer auch Nein Das sind schon mal zwei Champions, die ich besitze Fizz besitze ich auch, keine Ahnung warum Drei Blitzcrank auch Vier Champions, die ich hab Äh, wurden gebannt Nee Nodgings Da bin ich eher für Yasuo Äh, hier Yasuo Ähm Saya hab ich nicht Da geh ich eher auf Yasuo Ja, Esrael von mir aus auch Aber nicht weit Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Es wurde abgestimmt Oh, Esrael Sky, den hab ich Ha Okay So Wie ich nehme Präzision Und da nehme ich Ähm Heal Nein, erschöpft So Ah, yo, what Ich werde supporten So Ich hab zwei private Nachrichten Ups Hab nur schnell irgendwas geklickt Weil ich nebenbei mit meiner Schwester schreibe Hehehe Okay Er hat irgendwas geklickt Und es ist Das ist es geworden Hehehe Naja, Esrael ist auch nicht schlecht Also ich mag ihn auch Ich bin nur leider nicht gut mit ihm Schade Naja So, jetzt bin ich gespannt Top Prevas, ja Dann geht entweder Darius oder Ikulx Geht dann Mitte Und der andere mit mir Das heißt, ich bin mit einem von beiden Spiele Ich bot Das finde ich schön Wahres Eis kann nicht schmelzen Dunkles Eis ist wahres Eis Das verdorben wurde Interessant Sagt mir nur leider nichts Da ich damit doch nie was zu tun hatte Weder mit wahrem Eis Noch mit dunklem Eis Ähm, aber egal So So Ist ja gegen Gerhard Oh 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 Das wird Heftig Ja, alle TP Is TP OP in dem Modus? Nee, das war Urf TP OP Urf Hm Ich glaube Darius geht mit mir Bot Earth heilen Ikulx hat Entzünden Aber das ist vollkommen egal Gegen Gerhard Das wird schwer Das wird schwer Ich werde auch auf Schaden gehen Aber ich werde mehr darauf achten Dass ich supporten Äh, supporten werde Dem Darius oder Ikulx Je nachdem Sailor Arimun Das ist auch lustig Ähm Das ist alles wichtig So Und ich werde Boah Ich nehme den Dolch Das Zauberdiebs Der gibt mir Fähigkeitsstärke Aber egal Willkommen in der Kluft der Beschwörer Auf geht's So 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen Ich hätte auch AP Auf AP gehen können Moment Ähm Wer braucht denn deine Karte Wir sind Der Lol sprach schon Das standardmäßig aktiviert Ich muss mal nachsehen Ob es eine Option gibt Wo man ihn standardmäßig deaktivieren kann Ja wir sind mit Darius Bot Moment mal Ikulx hörst du mich eigentlich Wir sind erschienen Hier lang Ich finde das unglaublich toll Wenn sie sich nicht unter diesen Minions Verstecken würden Doch mal Treffer Ja Kriege ich Minion Agro Das ist ein Skillshop Das Skillshop Kriegt man doch kein Minion Agro Oder Wenn Darius nicht aufpasst Denk ich mir die Minion Okay ich hab jetzt selbst Ein Minion getroffen Ich werde Ah komm Scheiß drauf Ich skill die Q Ich werde AD Support Machen Und ich werde auch auf Schaden Glaube ich gehen Oh Er ist das Blut Top ist einer gestorben Los Ah Aber es wurde auch jemand getötet Top Oh Beide Oder war das Bitte Ich weiß es nicht Das finde ich richtig toll Ich gehe mal schnell worden Los Jarvis hatte notfalls den Sprung Und Flash auch noch Oh schade Ich bin noch gesprungen Oh 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 Das blöde ist Die heilen sich ja immer wieder Wir können die nicht so richtig popen Jetzt wird's aber Zeit. Was ist das? Ich habe keine Mana mehr, das ist irgendwie ein bisschen blöd. Ich muss jetzt Mana sparen. Ich bin sehr oft gesprungen. Die haben ja jetzt Ult. Nee, wir haben auch Ult, das ist voll geil. Aber ich habe sie ja schon benutzt, ich Idiot. Die bleiben jetzt hinten und warten. Wir haben keine Teleportation, aber egal. Nee, ich traue mich nicht, ich gehe wieder zurück. Ich glaube nicht, dass die da gewordet haben, keine Ahnung. Ich bleib hier. Ein Gegner wurde getötet. Hä? Okay. So, jetzt habe ich ein bisschen Erfahrung gesammelt. Leider kein Gold, denn ich habe sie unter dem Turm nicht töten können. Aber egal. So, Glanz oder Träne? Ich hole mir die Träne. Das ist viel geiler. Oder soll ich mir... Eigentlich müsste ich mir erst mal das da holen. Eigentlich. Den baue ich aus. Zu dem dann... Ja doch, zu dem baue ich auch aus. Aber noch nicht jetzt. Äh, Stiefel. Und dann hier ein bisschen was. Darauf warte ich. Nein, darauf warte ich nicht. Ich hole mir das da. Dann kommt die Träne halt danach. Oh, Darius. Achso, das ist der falsche Esser. Ich dachte, er würde jetzt drauf gehen. Das ist verwirrend. Ja, das ist schon ein wenig. Mist, Darius ist trotzdem drauf gegangen. Obwohl ich noch alles rausgehauen habe, aber es war zu spät, leider. Schade, naja. So, ich skimme meinen Sprung als nächstes. Nein. Ich muss ein bisschen pushen. Da ist Darius wieder. Oh, ich gehe da lieber nicht rein. Wenn er jetzt nicht da gewartet hat, dann ist er nicht... Ah, gut. So, Q ist maximiert. Da ist bestimmt einer drin. Nein, doch nicht. Da oben ist einer. Hä, war ich der Grüne? Moment, was? Jetzt heilen die sich wieder. Mist. Ich habe den erwischt. Mist. Wer braucht denn eine Kraft? Der Verbindete wurde getrunken. Vorwehr! Hier! Hier! Hier drüben! Ich habe fast keinen Mana mehr. Ah, leider auch nichts getroffen. Die sind außen rumgelaufen. Na gut. Oh, da kommen plötzlich so viele Minions. Sehr schön. Ich habe schon 10 Minions getötet. Wie habe ich das geschafft? Mit Ulz oder was? Verdammt! Jetzt wurde ich... Oh, Mitte wurde der erste Tun zerstört. Mist. Okay. So, jetzt mache ich das. Ich bin 9. Ich kann den da. Die Quest habe ich noch nicht fertig, aber egal. Dann hole ich mir Glanz. Als nächstes. Das ist toll. Damit kann ich nicht so ganz umgehen. Ich werde deshalb erst mal den Sprung test üben. So, Minions wegmachen. Ich hoffe, das funktioniert. Und zwei Minions. Schade. Ah, ich habe die Quest endlich abgeschossen. Da hängen schon mehr Angriffsschaden ein. Der Gegner wurde getötet. Und wir haben jetzt auch die Träne. Top geht voll geil voran. Mütte geht auch. Nur bei uns Borde. Das ist scheiße. Ich habe einen guten Pink. Ich könnte einen Drachen machen. Ich weiß es nicht. Hier ist nichts. Da oben scheint auch keiner zu sein. Da müssen wir ganken. Ich bleibe einfach mal hier. Okay, nee, er hat nur gewordet. Aber ein bisschen weiter vorne. Was sind unsere Garants? Ich habe das echt hingekriegt. Seht ihr? Wir haben den Trüm gleich. Wir haben ihn. Ich gehe top. Ich hole mir jetzt die Schuhe. Nur Romano hole ich mir noch nicht. Stattdessen hole ich mir jetzt hier ein bisschen mehr Leben. Und los gehe ich. Ja, vielleicht hätte einer von uns Borde weiterpushen sollen. Es sind zwei tot. Und einer mindestens noch hier oben irgendwo. Und einer da. Ja, die sind alle drei da. Ich hätte Borde weiterpushen sollen. Ich hätte vielleicht den Turm bekommen. Ach Gott. So, schauen wir mal. Ich hätte meinen Sprung lieber auf. Oh, ich habe den angegriffen. Nicht gut. Gar nicht gut. Nein, nicht gut. Kommt der plötzlich von hinten. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Mist. Heidränke bringen auch nicht viel, finde ich. Nicht mehr. Ich werde mir die beiden behalten. Aber das war es dann auch schon. So, das ist geil. Aber ich brauche unbedingt Lottaum nichts gerüstet. Das wird geil. Ja. Aber erst, nachdem ich mir die beiden geholt habe. Dann hole ich mir den. Ich hoffe, das ist dann nicht zu spät. Den werde ich dann später irgendwann... Nein, das kann ich nicht. Oder? Nein. Ich werde mir den behalten. Ich werde mir den ausbauen, tatsächlich. So. Jetzt kann ich mir das kaufen. Nein. Schade. Mist. 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 Das war's für heute. Ja, wir haben ihn getötet! Wir haben einen Gegner, das ist unser erstes Assist. Wir sind schon zwei Mal gestoppt, aber unser erstes Assist. Der haut ab. Der haut ab! Oh, oh. Nein, er hat mich noch erwischt. Ich hoffe, er fällt drauf rein. Ja, er ist drauf reingefallen! Oh, Mann. So, der ist weg. What? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Und keiner geht Bord, obwohl ich es vorhin sogar gepinkt habe. Ich weiß nicht. Darauf wartet er. Ich war mir fast sicher. Genau in dem Moment, als ich gesagt habe, ich weiß nicht, dachte ich mir, okay, ich sollte abhauen. Ich hätte da hoch abhauen sollen. So, also das kommt mir nicht mehr. Ich kaufe mir jetzt den hier. Bei dem hier warte ich noch. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt doch vorher erst mal das hier. Ähm. Und da kaufe ich mir einfach mal das Schwert hier. Hilfe! Hilfe! Meine Pinks werden irgendwie dauernd ignoriert. So. Tja, jetzt haben wir Bot ein Problem. Kein Problem. So. Und, 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 und. Nein. Mal sehen, vielleicht komme ich noch hin. Vielleicht komme ich noch hin. Ja, ich glaube es nicht. Nein. Der Gegner hat den Bergkrachen getötet. Die beiden waren schneller da. Oh, oh. Lass uns abhauen. Ich gebe halt Bot. Oh, verdammt. Okay, da müssen die jetzt selber kämpfen. Ich werde da gebraucht. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Aber die pingen auch nicht. Hat einer von denen gepingt? Nein, keiner von denen hat gepingt. Ein Gegner wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Ich habe ein Problem. Ich gehe mal kurz kaufen. Jetzt habe ich ein starkes Problem. Ich brauche Hilfe. Ich kann ulten. Okay, das war's. Oh Gott. Teamplay 0 bei den Gegnern allerdings komplett. Also die Gegner haben unglaublich gut als Team gespielt. Wir absolut gar nicht, habe ich das Gefühl gehabt. Naja. So, wen soll ich da ehren? Wen ehe ich da? Ach Gott, ich ja ihn. So, das Beschwerensymbol. Also, das hat auch gegolten. Gaggag-Symbol, 500 Befahrungspunkte. Sehr schön. Eine neue Mission hinzugefügt. Da oben stand übrigens gerade dieser Titel mit albernen Missionen. So. Bärenstark ursache 50.000 magischen Schaden in einem Spiel über die Gegnersuche, in dem du Volibear spielst und erschöpft vom Blitz am Spielstart ausgerüstet hast. Oder? Tu es nicht. LOL. Ich habe Volibear nicht. Ich würde es gerne machen, tatsächlich. Aber ich habe Volibear nicht. Und ich werde ihn mir auch nicht kaufen. Ich glaube, der kostet zu viel. Keine Ahnung. Ähm, ja. Hey, ich habe eine Ehrung bekommen. Okay. Na gut, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.